Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Bayernwetter. Und nachts, da ist es dann doch im Süden noch ziemlich bewölkt. Und es gibt noch einige Regenfälle, so etwa südlich der Donau wird das der Fall sein. Und je weiter wir Richtung Alpen kommen, umso mehr wird das noch. Das sind einzelne Schauer, die sich dann aber auch so allmählich Richtung Oberfelser Wald und Bayerischer Wald ausbreiten. Wie gesagt, es ist kein Dauerregen, einzelne Schauer und Richtung Franken. Da bleibt es auf jeden Fall trocken. Die Temperaturen liegen bei 15 oder 16 bis 13 Grad. Der Sonntag, der ist sehr freundlich. Überall in Franken mit viel Sonnenschein. Ein paar Wolken gibt es noch nach Süden hin oder Richtung Hoferland. Die lösen sich dann aber auch auf. Und dann sind es nur schön Wetterwolken. Mit Sonnenschein erreichen wir am Main bis zu 29 Grad. Im Hoferland sind es um die 25 Grad. Der Wind spielt kaum eine Rolle. Er kommt aus nördlichen bis östlichen Richtungen. Und auch in Ostbayern haben wir zunächst mal noch Richtung Passau vor allem. Und im Bayerischen Wald ein paar Wolken, die sich dann aber auflösen. Und dann wird es von Westen her sonniger. Überall dann auch freundliches Wetter. Die Temperaturen bei 24 Grad im Passauer Raum bis zu 28 Grad gibt es in Regensburg. Also auch schönes Wetter bei schwachem Wind. Und dann kommen wir nach Schwaben und Oberbayern. Und das ist dann zunächst mal am Alpenrand auch noch eher bewölkt. Vor allem Richtung Berchtesgadener Land kann es auch noch letzte Schauer geben. Am Alpenrand direkt. Sonst wird es aber von Westen her eben freundlicher. Die Sonne kommt raus und es ist dann eigentlich ein schönes Wetter. Mit Temperaturen direkt am Alpenrand so um die 21 Grad bis zu 27 Grad Richtung Donau. Also dann auch sommerliches Wetter. Auch hier ist der Wind kaum zu spüren. Er kommt aus nordöstlichen Richtungen. Und dann schauen wir mal auf die weiteren Aussichten. Montag und Dienstag viel Sonnenschein. Ein strahlender Sonnenschein und es wird richtig heiß. Temperaturen bis 32 Grad. Am Mittwoch dann schwüler. Auch da 32 Grad. Aber dann teils schwere Gewitter.